Ahoi! Warum ich Pirat geworden bin, das ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte meinen Beitrag leisten für Klimaschutz, für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung in diesem Land und für eine erfolgreiche Digitalisierung. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, mach das doch in einer anderen Partei, die auch mehrere Sitze irgendwo hat. Nein, ich möchte bei den Piraten arbeiten, denn hier ist das Zusammenarbeiten so, wie ich es mir wünsche. Jeder darf seinen Beitrag leisten, egal wie lange er dabei ist, egal wie alt er ist, egal ob Mann oder Frau. Jeder und jede ist hier gleichberechtigt, gleich viel wert und darf das tun, was er oder sie will. Und das wünsche ich mir von einer Partei.